Hi und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube. Ich bin der Lars und heute habe ich einmal das Samsung Galaxy S7 in der Hand. Gut, das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues und warum habe ich es jetzt hier nochmal? Das hier ist nicht das Samsung Galaxy S7, sondern das Samsung Galaxy A5 2017. Und wie die beiden Smartphones sich zueinander verhalten, wo da die Vorteile, wo da die Nachteile liegen, wo das Galaxy S7 besser ist, das schauen wir uns heute was genauer an in einem kurzen Vergleich. Wenn man das Samsung Galaxy S7 mit dem Galaxy A5 2017 vergleicht, dann muss man auch dadurch die verschiedenen Kategorien durch. Also Design, Software und Hardware. Und beim Design würde ich mal sagen, anfangen. Und da sehen die Geräte sich eigentlich extrem ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die beiden Geräte im ausgeschalteten Zustand so vor mir liegen, dann wüsste ich nicht auf den ersten Blick, welches von beiden jetzt ein Samsung Galaxy S7 oder welches von beiden ein Galaxy A5 2017 ist. Auf den zweiten Blick, dann kann man es dann doch erkennen. Es gibt so ein paar Punkte, auf denen fällt es dann schon auf. Erstmal das Display. Wir haben beim Galaxy A5 2017 ein Full HD aufgelöstes 5,2 Zoll großes S-AMOLED-Display. Das heißt, hier ist das Display minimal größer und minimal schwächer aufgelöst. Beim Galaxy S7 haben wir ein 5,1 Zoll, also 0,1 Zoll kleineres, dafür mit einer WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln höher aufgelöstes S-AMOLED-Display. Das sind schon mal so Punkte, die fallen es noch nicht sofort auf, aber die sind auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Da liegt auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Ansonsten kann man auf der Front den Unterschied auch erkennen. Ich kippe jetzt mal so ein kleines bisschen und dann achtet mal oben rechts bei beiden Geräten auf die Frontkamera. Die ist beim Samsung Galaxy S7 hier oben etwas größer, beim Galaxy A5 2017 ist die etwas kleiner. Auch da kann man ein klein wenig den Unterschied erkennen. Da die Kameras dann doch ein bisschen unterschiedlich sind im Detail, kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Erst noch zum Design. Wenn ich die Geräte jetzt mal kippe, dann sieht man vom Rahmen her eigentlich kaum einen Unterschied. Beide haben einen geschwungenen Rahmen, da auch die Rückseite bei beiden geschwungen ist. Und hier sieht man den Unterschied eigentlich nur in Form der Kamera. Die ist beim Galaxy S7 nämlich deutlich größer. Beim Galaxy A5 2017 ist sie sehr viel kleiner. Trotzdem haben wir bei beiden Geräten 3D-Glas nennt Samsung das, also so eine geschwungene Glasrückseite. Und oben und unten das Glas auch leicht gewölbt, das nennt sich 2,5D-Glas. Also da haben wir schon wirklich viele Ähnlichkeiten. Und wenn wir den Rahmen jetzt mal weiter drehen, da fällt dann doch was auf. Denn erstens setzt Samsung beim Galaxy A5 2017 beim Rahmen auf die gleiche Farbe wie beim Rest des Geräts. Also beim goldenen Galaxy A5 2017 auf einen goldenen Rahmen. Beim Galaxy S7 ist beim schwarzen Gerät der Rahmen silber gehalten, obwohl er beim Galaxy A3 beim schwarzen Gerät schwarz wäre. Also da ist schon mal so ein kleiner Punkt. Beim Rahmen wird eben nicht auf die Gerätefarbe geachtet. Das ist beim A5 2017 anders. Und hier seht ihr irgendwelche Punkte. Was hat Samsung sich da beim Design gedacht? Naja, beim Galaxy S7 sitzt der Lautsprecher auf der Unterseite des Geräts. Neben dem Micro-USB 2.0-Port und dem 3,5mm Klinkenanschluss. Auf der Unterseite ist Galaxy A5 2017 dagegen. Da sitzt nur der USB Type-C-Anschluss und 3,5mm Klinkenanschluss, also kein Lautsprecher. Erstmal zum Anschluss. Der ist beim A5 2017 neuer, schneller und vor allem beidseitig einsteckbar. Beim Galaxy S7 ist das eben noch nicht der Fall. Und hier sitzt eben kein Lautsprecher. Der sitzt nämlich jetzt beim A5 2017 auf der Seite. Also quasi so muss man das Ganze miteinander vergleichen. Das hat Vor- und Nachteile. Beim Galaxy S7 hat es den Vorteil, dass der Ton nach unten relativ richtungsneutral rauskommt. Beim Galaxy A5 2017 kommt der halt auf der rechten Seite des Geräts raus. Das ist ein bisschen irritierend, je nachdem wie man das Gerät hält. Dafür hat man beim Galaxy S7 den Nachteil, dass wenn man das Gerät hält, man den Ton hier unten, den Lautsprecher, relativ schnell blockiert. Gerade auch beim Zocken, wenn ich das Gerät so halte, ist der Lautsprecher hier schnell blockiert. Und das ist eben ein Vorteil des Galaxy A5 2017, da hier der Lautsprecher gerade beim Zocken so nicht blockiert wird. Und auch wenn ich das Gerät so halte, eben der Lautsprecher frei bleibt. Ist ganz interessant, ich glaube beides hat Vor- und Nachteile, aber auch das ist so ein kleiner Unterschied. Ansonsten sind die beiden Geräte im Design relativ ähnlich. Also in Sachen Rückseite fällt es vielleicht auf, dass die Kamera beim einen ein bisschen größer ist, beim anderen ein bisschen kleiner ist. Und dass man hier noch einen zusätzlichen Sensor hat, aber das war es dann schon. Deswegen muss man dann auch die zweiten Unterschiede sich angucken, nämlich die Hardware. Und da würde ich jetzt auch schon mal bei den Sensoren anfangen. Das Galaxy S7 hat nämlich hier hinten neben der Kamera ein Pulsmesser. Der fehlt dem Galaxy A5 2017. Also hier kann ich meinen Puls nicht einfach so messen. Der eine würde sagen, ist interessant. Der andere würde sagen, für mich ist das nicht so wichtig, ich brauche kein Pulsmesser. Deswegen ist das Ganze nicht so wichtig. Aber die Kamera selber, die fällt ja auf. Und da gibt es tatsächlich einen relativ großen Unterschied. Denn wenn ich die Geräte jetzt mal umdrehe und bei beiden Geräten in die Kameraanwendung gehe, dann werdet ihr feststellen, dass die Kamera schon unterschiedlich ist. Ich nehme jetzt mal ein anderes Galaxy A5 und den Karton hinten als Objekt, damit man das Ganze auch fotografieren kann und daneben den S7 Karton. So und wenn ich jetzt die beiden Geräte mir angucke von der Kamera, dann sind die erstmal beide sehr, sehr schnell. Da tut sich nicht wirklich was. Der große Unterschied dürfte da tatsächlich der Low-Light-Preis sein. Wenn wir jetzt ganz schlechte Lichtverhältnisse hätten, da wäre der Unterschied dann doch sichtbar, da das Samsung Galaxy S7 auf nur 12 Megapixel sitzt, aber dafür mit 1,4 Nanometer großen Pixeln, Dual-Pixeln, einer optischen Bildstabilisierung unten auf dem Blende von f1.7. Das waren eine Menge Begriffe, die muss ich kurz erklären. Erstmal die Pixelgröße. Heißt, wir haben beim Galaxy A5 2017 16 Megapixel, beim Galaxy S7 12 Megapixel. Weil hier aber weniger Megapixel auf den Sensor gequetscht werden, sind die Pixel selber größer. Und das heißt, sie können mehr Lichtinformationen aufnehmen. Das heißt, bei schlechten Lichtverhältnissen ist das Bild beim Galaxy S7 ein besseres. Dazu haben wir eine optische Bildstabilisierung. Das wiederum heißt, dass man kleine bewegliche Linsen vor der Kamera hat, die sich so ein kleines bisschen bewegen. Wenn ich jetzt im Winter zum Beispiel, wenn es kalt draußen ist, zittere, dann wird das beim Galaxy S7 durch die Hardware ausgeglichen, beim Galaxy A5 2017 nur durch die Software. Das ist also ein großer Vorteil des Galaxy S7. Und die Offenblende ist ein anderer. Offenblende heißt letztendlich diese Eröffnung vor der Kamera. Die ist beim Galaxy S7 f1.7, das heißt viel Licht auf dem Sensor. Beim Galaxy A5 2017 ist es ein f1.9. Das heißt, eine klein wenig geschlossenere Blende. Das heißt, ein bisschen weniger Licht auf dem Sensor. Insgesamt ist damit das Galaxy S7 in Sachen Fotoqualität definitiv besser. Aber das ist auf einem hohen Niveau. Also das A5 2017 ist für die Mittelklasse wirklich gut gelungen in Sachen Kameraqualität. In Sachen Videoqualität ist der Unterschied dann nochmal ein anderer. Denn wenn ich jetzt hier mal in die Einstellung gehe, dann sieht man, dass das Galaxy S7 hier auf eine Auflösung von bis zu UHD setzen kann. Das heißt, 4K-Auflösung. Beim Galaxy A5 2017 habe ich dagegen nur eine Full-HD-Auflösung. Das heißt, 2K-Auflösung, also 1920x1080 Pixeln. Das heißt, nur ein Viertel der Auflösung im Ergebnis. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, je nachdem. Ich finde es nicht so tragisch, weil Full-HD reicht für die allermeisten Nutzerdecke aus und braucht weniger Speicherplatz. Wer aber wirklich Videoqualität haben will, ist beim S7 besser dran. Vor allem, weil es hier eben auch die optische Bildstabilisierung gibt und damit Videos insgesamt etwas ruckelfreier wirken, um es nur so auszudrücken. Aber hier sieht man ansonsten wirklich schön die Kameraeinstellungen, je nachdem, also welche Auflösung man hat, wie Bildgröße, 16 Megapixel und 12 Megapixel im Vergleich. Das sieht auf dem Datenblatt schon hart aus. In der Praxis hat das Galaxy S7 dennoch die bessere Kamera. Ansonsten in Sachen Hardware muss man darauf achten. Beide Geräte haben eine IP68-Zertifizierung, sind also wasserdicht. Da gibt es also keinen Unterschied. Beide Geräte haben einen Fingerprint-Sensor im Homebutton. Auch da gibt es keinen Unterschied. Wo gibt es denn dann die Unterschiede? Naja, das fängt dann doch schon beim Prozessor an. Wenn ich da jetzt nicht mal ein CPU-Set reingehe, dann sehen wir, dass das Galaxy S7 auf ein Exynos Octa 8890 setzt. Das ist ein Octa-Core-Chip, der auf vier extrem starke Kerne bis zu 2,6 GHz setzt. Die sind von Samsung selber entwickelt. Das sind die Samsung Exynos M1 Kerne und dazu dann vier deutlich schwächere Kerne mit gerade mal 1,6 GHz Taktung und Cortex-A53 Basis. Das ist ein extrem starker Prozessor. Dazu eine extrem starke Mali-T880 Grafikeinheit und wir haben, wenn ich jetzt mal weitergehe, 4 GB Arbeitsspeicher. Das Galaxy A5 2017 hat dagegen einen Exynos 7880. Das ist ein Octa-Core mit nur 8 Cortex-A53-Kern mit 1,9 GHz Taktung. Das ist kein so starker Prozessor. Der reicht denke aus, weil wir hier auch eine andere Auflösung haben. Und gepaart mit der Mali-T830 GPU sollte es für alles reichen. Aber es ist eben doch etwas schwächer, vor allem weil wir auch nur 3 GB Arbeitsspeicher haben. Der interne Speicher ist bei beiden Geräten 32 GB, allerdings beim Galaxy S7 schneller UFS 2.0 Speicher. Auch so eine Kleinigkeit, auf die man achten kann. Hier sieht man auch nochmal die Auflösung im Vergleich und auf die unterschiedlichen Größen. Der Akku übrigens ist bei beiden Geräten gleich groß. Wir haben bei beiden Geräten einen 3000 mAh starken Akku. Das ist dick ausreichend, aber auch hier gibt es im Detail Unterschiede. Da zwar beide schnell ladbar sind, also Fast Charging haben, aber das Galaxy S7 hat Wireless Charging. Also hier kann ich mit dem Wireless Charging Pad das ganze kabellos aufladen. Das kann das Galaxy A5 2017 nicht. Und so würde ich am Ende sagen, es gibt Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede, die wichtig sind. Aber für die allermeisten Nutzer sind die Unterschiede dann doch relativ klein. Da die Hardware des Galaxy A5 2017 für die viele Nutzer ausreichen dürfte, ist das vielleicht sogar die bessere Wahl. Ansonsten ist das Galaxy S7 leicht kleiner, liegt deswegen leicht besser in der Hand, hat stärkere Hardware und vor allem deutlich bessere Foto- und Videoqualitäten. Und vor allem kann es dann auch beim Zocken richtig punkten. Aber das sind dann doch schon Details, die eher im Detail auffallen. Denn insgesamt würde ich damit sagen, ist es überraschend, wie stark eigentlich das Galaxy A5 2017 geworden ist. Und trotzdem ist das Samsung Galaxy S7 weiterhin der unangebrochene Spitzenreiter. Das war also unser kurzer Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S7 und dem Galaxy A5 2017. Im Detail gibt es da und auch schon einige Unterschiede. Das Galaxy S7 hat definitiv den besseren Bildschirm, definitiv die bessere Kamera und auch ansonsten einige Vorteile. Aber unterm Strich würde ich trotzdem sagen, für viele Nutzer ist das Samsung Galaxy A5 2017 vielleicht eine interessante Alternative. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten lohnt sich natürlich ein Abo hier bei CubeCube. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Ciao.